Erklimme eine Stufe, ist gegeben durch links um, vor, rechts um, vor, gib. Da gibt es die Hilfsprozedur, die wir schon hundertmal implementiert haben. Rechts um, das ist links um, links um, links um. Ist der Gipfel erreicht? Ja, wann ist der Gipfel erreicht? Der Gipfel ist genau dann erreicht, wenn nach dem Erklimmen einer Stufe der Hamster keine weitere Stufe mehr vor sich hat. Das heißt, keine Mauer mehr da ist. Das heißt, vorn frei ist. Das heißt, der Gipfel erreicht, da liefern wir einfach als Wert den Wert des Testbefehls vorn frei. Und damit haben wir im Prinzip das Problem durch die Zerlegung, durch die schrittweise Verfeinerung und immer kleinere Teilprobleme gelöst.